Also ich cool finde, der Kampfstil von Luke ist halt tatsächlich anders, als der damalige, also der neue, alte, wenn du verstehst. Achso, ich will ja gar nicht Machten, ich bin leer. Theoretisch kannst du schon, aber wie gesagt, also in den Büchern, soweit ich weiß, bekommt sie auch, bringt das hier dann bei. Nur Han Solo habe ich jetzt noch nicht nachgeguckt, ob der wirklich mal... Ich bin mir nicht... Also seine Kinder auf jeden Fall. Jaja. Aber ob Han jetzt selber? Das ist eine wirklich gute Frage. Also dann... Ah, ich verstehe. Ah, ich auch jetzt. Klappe zu, Affe tot. Genau, wären wir hier. Dann brauchen wir einen R2-Einhalt. Fand ich ja so cool den Spruch in The Clone Wars, wo da eine Klontruppe, sagte, sie mögen es nicht, mit ihren Spitznamen angesprochen zu werden. Ja. Ich ne, hier haben wir mal auch einen. Ja. Safety first, würde ich mal sagen. So schnell wie man die Dinger hier verliert, sollte man es besser da haben. Äh, wie kommst du da hoch? Ah, okay. Ist da noch irgendwas Spannendes? Hä? Oh, äh, oh, ja, doch, das ist eigentlich spannend. Ja, doch, doch, ja. Okay. Naja, steht schon richtig. Da brauchen wir dunkle Macht. Ah, okay, haben wir noch. Wieder so'n Spinn-Droid. Wieder Schneidehunde. Ja. Ja. Sehr gut. Ich glaube, das habe ich jetzt schon ein paar Mal in diesem Let's Play gesagt, aber verdammtes PvP. Ja. Ja. Habe ich kaputt gemacht? Ja, hast du. Hast du auch kaputt gemacht? Nicht gut für meinen Karma. Mann, du fällst aus mir nach mein ganzes Karma. Ne? Aus welchem Film? Aus welchem Film? Hä? 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 Sollen sie das wieder in die Kommentare schreiben? Wenn sie wollen. Mir ist das auch wurscht, ich lese die fast gar nicht. Obwohl, die drei kann man denn doch mal lesen. Äh. Ja, gut, es sind nur zwei, hast du recht. Wenn überhaupt. Und das sind auch nur Mutti und Vati. Ja, die... Ja, die... Ficks. W- W- Sehr schön. Mach die. Ah. D-d-d-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Ah, großes Teil ist groß. Terminal, ja, ja. Das wusste ich doch. Hab ich aber nicht. Doch. BUUUM! Es ist ein Terminal Terminator hier. Ein Terminal Terminator? Ja. Ja. Da ist doch wieder was im Busch. Das kommt da auch nicht raus. Au. Sorry. Ich könnte nochmal sagen. Ich tue es jetzt aber nicht. Scheiß PvP. Ah, aha. Kann man jetzt durchsliden? Achso, nein. Sondern, dass er weggeschissen ist. Äh, erschossen. Dann schauen wir doch mal. Ah, 333. Ähm, ich hab nicht gestorben. Achso, da ist ein Loch. Oh, oh, ach so! Oh! Ich sehe! Ja, sorry, Chewbacca. Chewie! Ruckelhaft! Alter! Und ja, wer haben wir die jetzt festgestellt, die Framerate? Hm. Ja, besser als ob, wenn er zwischendurch auf 15 Euro geht. Ja, klar. Denn lieber einmal richtig und dann nie wieder. Achso. Ah, da haben wir C3PO. Und Dingens. Ah, ein Spurs auf der anderen Seite. Aber du musst da vorne nochmal kurz machen hier. Was ist da los? Na, muss nicht. Kann. Achso, ich dachte. Ne, ne. Ah, hier. Was ist da los? Ah, aha. Da muss ich. So, und jetzt? Äh, Dinge. Das sind Droide. Was macht der da? Ich kann ihn jeden Fall steuern. Wie? Ah, aha. Ich stell mich mal drauf und dann... Mach mal. Ach, kann gleich stehen bleiben. Okay. Können wir da irgendwie... Äh. Nochmal rufen. So, genau. Okay, jetzt hab ich die beiden erstmal ausgeschaltet. So, geh da mal hin. Versuch mal rein zu springen. Ja. Du hast dieses extrem komplexe und komplizierte Rätsel mit Leichtigkeit gelöst. Die vierten. Das finde ich jetzt aber nicht höflich von dir. Was? Mit vollem Mund spreche. Hätte ich ja gar nicht, wenn du mich nicht... Wie ich bin böse. Ja. Ich glaub, da geht nix. Ah, wir bauen nun die Droiden. Nein, die Droiden. Die droi-jüdischen? Ich glaub, wir müssen auf die andere Seite, ja. Star Wars, den Droiden-Dvors. Es gibt irgendeine Zeitricks, ja mit den Droiden. Ich glaub ich noch ein bisschen erzählt. Ja, zumindest mir, als wir letztens die Serie wieder gesehen hatten, Clone Wars, da kamst du irgendwie drauf. Und dann hattest du noch von einem Weihnachtsspecial erzählt, was ich mir nochmal angucken sollte. Das Holiday Special. Hier ist der Brüller. Genau, da kam ich nicht drauf wegen, weil ich dachte, dass Chewys Vatern Yoda den Stab gegeben hat. Dabei war es nur Chewbacca's Vorgesetzte oder was? General Tafel. Ja, genau. Ach ja. Die müssen dahin. Ja, das schon, aber... Da oben kommt wieder Kirchner nach. Alter! Luke kann mit der Macht töten. Ah, der Weg zur dunklen Seite. Ich verstehe. Er ist den großen, oder nicht? Ja, scho... Ah, machen wir hier mit dem Ding mal zu. Na, 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 zurück. Hast du sehr gut gemacht. Hä? Ah, da muss doch der große zuerst, oder nicht? Hast du gut gemacht. Ah, die Brücke. Ah, die Brücke. Eingedrückt. Mach mal so. Als Luke mit der Macht töten kann, das macht mir jetzt etwas fertig. Tja. Ganz der Fahre. Ach, wenn ist das schon eine Brücke, weiß. Oh. So, jetzt dürfte da Ruhe sein. Ja, hoffentlich. Ah, da brauchen wir wieder dunkle Macht. Da brauchen wir wieder Droiden. Da brauchen wir wohl Droiden. Also, erstmal was aufbauen und dann Droide. Vielleicht mit dem Fisch. Hm. Ich glaube, die Reihenfolge muss anders. Aber wir können uns ja nur in diesem grauen Quadrat da bewegen. Ja, okay. Ich weiß schon jetzt, wie man da vorne hochkommt. Also, Fisch hätte ja kein Okay. Dann bleib ich jetzt. Und wackelt vor mich hin. Ja, genau. Jetzt kann ich nicht da forcen. Nein, forcen. Nicht tauschen. Ah, dann... Dann sehe ich jetzt was bloßes. Tauschen doch einfach zu Leia. Die kommt schon noch, die Roboter. Das muss er selber. Also, das, 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 das muss einfach hin. Okay. Ah, ja, da kommt jetzt die Drücke raus. Oder so. Tatsächlich. Und ich bin forever a Drone. Ja gut, bau das Ding auf. Dann muss ich da jetzt nicht noch hoch. So, und da, genau. Und da, genau. Sehr schön. So, gut. Habe ich wieder gut gemacht. Ja. Like a boss, like a pie. Äh. Nicht sicher, Augusta? Geh, 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 geh. Wie alt im Radio den ganzen Tag der Imperial Marsch läuft. Natürlich. Wollen soll ich ja was anders laufen. Kommen wir denn da hin? Jo. Da kommen da Sturmtroppen hin. Ey, Han. Ah, nice. Sehr nice. Das ist dann hinter Tor 1, nix. Ich würde sagen Jabber. Jabberer Hut. Ja genau, hier ist eine Falltür. Ah, Le Hut. Ne, falscher Hut. Ja, aber zumindest hier vorne ist ja auch so ein Ding. Damit kommen wir vielleicht schon mal weiter. Aha. Aha. Okay. Was ist da? Ne, da ist glaube ich auch nix. Ne. Hier? Ne, sieht auch nicht gut aus. Wir brauchen noch mal so einen Dingshelm. Sind wir da an einem vorbei gekommen? Ich habe keinen gesehen. Ne. Ah, ist der Helm? Ach ne, da gehen wir nicht weiter. Ne, ah, doch. Auf jeden Fall müssen wir jetzt, wenn es wie der Film ist, Hande freien. Ah, da, hier viel. Da, Alter. Den haben wir eindeutig übersehen. Sehr schön. Und dann... ...revealt Jabber sich hinter diesem Vorhang. Ja genau. Und dann wird er entgegner oder so. Ah ja. Okay. Gut. Gut. War das Spielset dazu nicht irgendwie so, dass die Figur reingegangen ist und diese Platte da raus oder so? Hm? Das Lego Spielset. War doch irgendwie so... Nice, man. Ich habe einen Becher und ich werde ihn benutzen. Ach du Scheiße. Ja, dessen Name ich dauernd vergesse. Ja, als C3 Bio, da habe ich jetzt Ultra Chancen. Naja, ich mache das schon. Wo ist Chewbacca? Chewbacca ist auch mit reingefallen. Na da, Han. Okay. Hä? Ach so? Was geschieht? Terminaldetektor. Wer? Ich. Wieso? Den da. Ach wegen... Ja. Zum Glück... Bau mal das Ding da zusammen. Na, ist zusammengebaut. Zum Glück hat er es auch nicht abgesehen. Also nein. Jetzt auf dich. Nee, du hast die Akku. Ich habe keinen Helm mehr. Okay, jetzt haben wir jetzt schon mal den einen Ausgang zu. Moment. Offen. Ach so. Damit er sich die Schweinchen schnappt. Ach so, ich verstehe. Hey, dann mach den anderen mal auf. Ach so. Ach so, dann müssen wir jetzt hier die Tür. Hier zwei Hebel. Ach so, dann müssen wir jetzt hier die Tür. Wo sind die anderen beiden schon wieder hin? Sie stehen am Eingang. Wir können aber gleich da, wenn gleich da schaust. Ähm. Wir müssen ihn hier unterkriegen. Aber wie kriegen wir ihn da unter? Okay, damit haben wir ihm schon mal Schaden zugefügt, würde ich sagen. Damit's durch. Ah, die Dinger sind wieder da, also Können wir es nochmal so machen, wenn er da vorne steht, das Ding zu schießen. Komm her, komm, komm. Ne, das war nix. Ah, ich verstehe! Was? So, Moment. Schweinchen holen. Das futtert er dann in seiner Futterstelle. Und während er das in seiner Futterstelle futtert, Ja. Von der Entfernung auf das Ding schießen. Okay, dann schieß. Ah! Okay, dann nehme ich mir eben Entfernungsschar. Okay, okay, okay. Ah, ah, jetzt, jetzt hier. Okay, da, hier bin ich, ah, ich bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Äh, geh nicht, geh nicht rum. Hm, das ist mal eine neue Version von Schwein gehabt. Ähm, nicht gut. Der Arme. Ach, ja. Die sollte ich auch ziemlich verendet haben. Carrie Fisher? Ja. Ja, alt halt. Ja, also... Was willst du machen? Wir haben einen übersehen. Nee, doch nicht. Nee, wir haben bisher alle. Nicht. Fuck. Aber wie, wie können wir jemanden übersehen? Das ist eine sehr gute Frage. Weil die kommen doch, die ersten kommen doch automatisch. Die anderen müssen wir kaufen, aber die vorderen? Hm. Weil ich mich jetzt nicht ganz schön irre, also. Nein, nö, eigentlich noch. Okay.